UNTERTITELUNG Geh mal, Bruder, setz dich! Alles klar? Alles klar. Aber anfassen geht nicht. Weißt du, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ne, ich mag den Laden. Schöne Frauen, gute Drinks. Habt ihr ein Händchen für, ne? Lass mal auf, kann es sein, dass Toni in letzter Zeit ein Innovieren macht? Warum? Naja, weil ich da selber ziemlich groß unterwegs bin. Unsere Firma ist eine der Führenden in Deutschland. Vielleicht ergibt sich immer was. Wir haben ein paar Fragen, wir brauchen ein paar Tipps oder so. Ob ihr jetzt mit dem Haus verschont? Wawel. So.